Musik Das war mega cool, das war das Erlebnis. Am Anfang war es noch viel schwieriger, als man das vielleicht auch denkt. Aber es hat einem sehr sauber Ruhe gegeben. Und auch der Lerneffekt ist relativ gross. Musik Wir sind mit unseren Lernenden hier, der Berufelehrer Elektroinstallateur und Montageelektriker. Und wir sind hier optimal für die Lehrabschlussprüfung vom kommenden Sommer. Ich habe das an einer Schulung gesehen. Ich bin wirklich fasziniert gewesen. Und habe einfach gefunden, ich muss unbedingt mit den Leuten, die das gemacht haben, Kontakt aufnehmen, um das mal auszuprobieren. Und ich bin dann wirklich begeistert gewesen. Zentral war ja bei dem Projekt, dass die zwei Hochschulen, also PH Zürich und ZHW, zusammenarbeiten mit den Experten aus der beruflichen Praxis. Und PH hat das didaktische Konzept gemacht. Und wir haben dann auf der Grundlage den Prototypen entwickelt. Die, die mit den VR-Brülen geübt haben oder haben üben können, gegenüber denen, die einfach das klassische Lehrmaterial zufügen konnten, haben die Noten besser gesehen. und der Anfang noch keinen Rieser. Das ist die auch noch nicht. Ich würde, die nicht auf der Grundlage auch noch nie nehmen. Vielen Dank.